Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play von 13. Ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt, ich glaube vor 4 Jahren habe ich das Spiel das letzte Mal gespielt und damals war es eines meiner Lieblingsspiele. Obwohl die Grafik jetzt nicht so besonders ist, ja, aber ja, mir gefällt eben die Story und alles und ja, legen wir gleich mal los. Ich starte jetzt mal ein neues Spiel. Es wird wahrscheinlich der Präsident sein, okay, ist das ganz bestimmter Präsident? Und er wird eben ermordet. Sie können hier nicht bleiben, los, weiter. Er wird wohl etwas damit zu tun haben, schätze ich mal. Ja, ich werde das Werk, das mein Bruder William begonnen hat, fortsetzen. Und ja, es wird wieder ein Sheridan ins Weiße Haus einziehen. Sind Ihre Sesselfurzer vom FBI in der Lage, die Mörder von Sheridan zu fassen, Colonel Amos? Ich bezweifle es. Behalten Sie Ihre Meinung für sich, General Carrington. Wie Sie wissen, können wir ohne Beweise keine Untersuchung führen. Niemand kann mich davon abhalten, meine eigenen Nachforschungen anzustellen. Verstehen Sie, Amos? Niemand! Nummer 13 wird nicht mehr länger ein Problem sein. Meine Herren, die Operationen können beginnen. Frank, ich bin's, Janet. Ich habe meine Runde beendet. Brauchst du mich noch in diesem Sektor? Okay, ich kehre zur Zentrale zurück. Scheint ein ruhiger Tag zu werden heute, was? Hast du heute Morgen das Meer gesehen? Hey, Moment! Ich rufe zurück! So, können Sie mich hören? Hallo, meine Retterin. Sieht nach einer Schussverletzung aus. Ja, ich komme mit. Können Sie Ihre Beine bewegen? Ich kann mich an nichts erinnern. Schaffen Sie es bis zum Pick-up? Du könntest mir auch helfen. Ah, nein. Geh ruhig vor. Geh ruhig vor. Ich habe alle Zeit der Welt. Kann ich hüpfen? Ja. Ja klar, ich bin zwar ziemlich angeschossen, aber ich kann perfekt hüpfen. Okay. Ich bin hier auf einer, auf einem Boot glaube ich. Ja. Das geht nicht, denn ich! Er schießt ihn! Gott! Bring doch mal auf! Schnell! Er schießt ihn! Mein Kopf. Ja, ich kann hören. Ich werde Sie zum Rettungsposten begleiten. Versuchen Sie zu gehen. Vorsicht! Okay, vielleicht bin ich ein bisschen zu hoch gehüpft, aber egal. Ich bin zu schwach zum Laufen. Okay, wenn das Spiel das meint, bin ich zu schwach zum Laufen. Alan, ich bin's, Janet. Ich habe gerade einen Verletzten am Strand von Brighton aufgelesen. Er hat keine Papiere und kann sich an nichts erinnern. Ich würde ihn gerne scannen. Hast du Zeit? Eine Stunde? Sind schon unterwegs. Können Sie sich immer noch nicht erinnern? Ich habe diesen Schlüssel in Ihrer Tasche gefunden. Sagt Ihnen die Winslow-Bank etwas? Ein Bankschlüssel? Wenn ich das nicht gerne erinnere. Wer ist da? Hoffentlich ist das Geld daraus. Oh! Hey! Ah! Ich sollte unbedingt eine Waffe besorgen. Ja! Kommt her, Jungs! Er lebt! Ist aber übel zugerechnet. Oder ein Messer. Bewegt nichts. Okay. Habt ihr eine Waffe? Ja, eine Waffe. Okay. Ist hier sonst noch was? Messer? Messer ist gut, Messer ist gut. Waffe. Waffe hat ich okay. Okay, dann gehen wir mal raus. Verdammt, hier ist noch einer. Komm. Alles klar. First Apeck. Ist nie schlecht zu nehmen. Haben wir die Schlüssel? Ja, die haben die Schlüssel. Okay, dann sperren wir mal auf und gehen hinaus. Ist noch was? Ja. Fak ist nie. Immer gut. Ach, scheiße. Verdammt. Und dann ist der nächste wieder gestorben. Ja, sehr gut Backing gesehen und alles, ein wirklich professioneller, ja krimineller oder was das sein soll, das weiß ich ja noch nicht. Ach, verdammt, lasst die, lasst die, lasst die, lasst die, lasst die, lasst die, lasst die. Ja, sind die mehr, wer? Nein. Okay, der Helikopter sieht auch nicht sehr einladend aus, ja. Irgendwer schießt doch nicht. Kann das sein? Wer? Ich bin nicht gerade der beste Schütze, ich muss dazugehen. Ist hier noch wer? Ich könnte mal aufs Boot schauen, ob hier Munition ist oder irgendetwas anderes. Wow. Ja, klar. Hey, Pack. Ja, okay. Wohin lassen wir? Ich bin nicht. Ich schießt doch, irgendwer schießt doch nicht. Okay, ich riskier jetzt einfach mal und gehe hier geradeaus. Wer schießt? Kann gerade niemanden entdecken, ja, aber irgendwer schießt doch nicht. Okay, sehr gut. Das Level wäre mal abgeschlossen als erstes. War eigentlich ziemlich kurz das Level, ja, aber egal. Auf die Länge kommt es nicht an. Und, ja, da stimmt meine Heldin, traurig, traurig, aber ich denke, wir werden hier noch genug Heldinnen finden. Das sieht nach einer Großstadt aus, nach New York sieht das aus, nach New York. Sehr gut, er nimmt die Waffe mit. Nein, warum nimmt er die Waffe nicht mit? Ich denke mal, das war ein Fehler. Ich würde die Waffe nie im Auto lassen, wenn ich gesucht werde, oder irgendwas anderes. Naja, wir sind hier in der Winslow Bank jetzt, anscheinend. Vielen Dank fürs zu Ende schauen von dem Video. Abonniert mich, liked mein Video, schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns.